Eine Frage, Jan. Erste Frage an dich. Habe ich mich jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren häufiger mal gefragt. Schmückst du dich oder deinen Namen mit fremden Lorbeeren ab und zu? Erklär mal, wie du das meinst. Immer wenn irgendwie was aus dem Kosmos Jan Frodeno entsteht, also Try at Home, Try Battle und so, dann zähle ich mich selber dazu. Ich mache das immer zu deinem Projekt und zu deiner Idee, so meine ich das. Aber im Grunde genommen bist es ja gar nicht du, der dann am Ende plant und organisiert und macht und tut. Oder korrigiere mich, wenn es so ist. Aber man bringt das natürlich alles so mit dir und deiner Person, deinem Namen in Verbindung. Aber was ich meine mit der Frage ist, ist Jan Frodeno noch die Person Jan Frodeno in der Triathlon-Welt oder ist es mehr so etwas wie so eine Institution oder wie siehst du das selber? Naja, ich kann glaube ich wahrheitsgemäß behaupten, dass es eigentlich schon meine Ideen sind, meistens die du dann allerdings ausbehalten musst. Also es ist auf jeden Fall, und das betone ich eigentlich auch immer wieder, ein Gemeinschaftswerk. Ich glaube, das, was über die Jahre Jan Frodeno geworden ist, wäre sicherlich nicht ohne Felix annähernd denkbar. Wir sind ein Team und Felix muss auf jeden Fall die harte Arbeit beim Planen machen. Das tut er, glaube ich, auch ganz gerne, weil er es auch einfach sehr, sehr gut tut. Aber im Endeffekt muss ich es dann halt doch immer wieder ausbaden. Insofern haben wir uns letztens auch so ein bisschen so als Band beschrieben, wo Felix hinten halt trommelt und Saxophon spielt, aber ich muss halt immer noch singen und die Lyrics ab und zu schreiben. Deswegen funktionieren wir auch ganz gut als Team. Dann machen wir jetzt mal das Wort Boyband, irgendwie als Synonym für das, worüber wir sprechen wollen. Es gibt bestimmt eine ganz lange Phase, wo der Triathlon oder sagen wir mal, wo die Boyband Jan Frodeno den Triathlonsport gebraucht hat. In meiner Wahrnehmung ist es mittlerweile so, dass der Triathlonsport die Boyband braucht, um irgendwie zu passieren, um sich zu entwickeln, um neue Einflüsse zu bekommen. Liege ich damit ganz falsch oder wie nimmst du das selber wahr? Naja, ich weiß jetzt nicht, ob die uns brauchen, aber ich meine, wenn man in diesen Zeiten irgendwie einfach gar nichts macht, dann passiert auch nichts. Und man muss irgendwie Sachen neu erfinden und das haben wir jetzt zweimal versucht und so auch halbwegs irgendwie abgeliefert. Und ja, aber es muss ja immer irgendwelche Vorreiter in irgendwas geben. Also ich bin jetzt auch nicht so der jetzt irgendwie da so mit Eigenlob rum, aber wir hätten ja sonst nichts zu tun. Also es wäre der Faktor einfach langweilig. Wenn wir jetzt in der Pandemie keinen Try-at-home gemacht hätten, was hätten wir denn gemacht? So wie andere irgendwie, man konnte ja nicht mal Urlaub machen. Also Jan zumindest nicht, der war eingesperrt. Und so hatten wir halt was zu tun und danach wollten wir weitermachen und ging auch nicht. Und dann kam das Nächste irgendwann. Aber ist das so rein aus Eigeninteresse, was da entsteht? Also ihr müsstet das ja nicht machen. So macht ihr das jetzt wirklich rein aus Langeweile oder was für ein Ziel verfolgt ihr mit diesen Aktionen? Ist es so zu zeigen, was man alles machen kann im Sport? Weil gefühlt ist es ja ein bisschen so, dass Triathlon, Langdistanz Triathlon irgendwie auch so in den letzten Jahren immer ein bisschen stehen geblieben ist. Also da ist so richtig viel entwickelt, hat sich da nicht. Also es gab jetzt irgendwie nicht innovative Darstellungen des Rennens, jetzt so wie ihr es beim Try-Battle gemacht habt, irgendwie Datentransfer. Ist ja super aufwendig, das Ganze so zu machen. Aber ihr zeigt da ja, dass es möglich ist. Ist das ein Anspruch von euch, den ihr habt, um irgendwie Augen zu öffnen und auch den Verantwortlichen dann vielleicht bei Ironman oder generell im Triathlon zu zeigen, so Leute, macht doch mal was, pusht euch mal? Ja, ich würde eher sagen, dass wir irgendwie auch an einem Punkt angekommen sind, so selber in unserem Leben, wo wir eigentlich gar keinem irgendwas zeigen wollen, sondern uns selber irgendwie verwirklichen. Wir sitzen wirklich bei mir, ich glaube beide Male an der Treppe und Felix saß am Bürostuhl. Ich habe gesagt, Junge, wie wäre es mal? Wir müssen doch jetzt die Ersten sein, die so ein Triathlon zu Hause machen. Und dann entsteht natürlich daraus, ja, okay, aber was müsste denn passieren, dass wir uns so was anschauen möchten? Und natürlich ist da immer so ein bisschen Fingerzeig dabei, also von wegen kommt, Jungs, ihr könnt auch echt mal ein bisschen was machen. Und wenn wir das zu zweit können, was könnt ihr dann mit einer Hundertschaft schaffen? Insofern, ja, so ein bisschen, natürlich ist immer so ein bisschen, so zwei Prozent, sage ich immer, grundsätzlich meiner Motivation ist immer, ich sage immer, zwei Prozent ist für die Erschlöcher dieser Welt. Das ist auch im Triathlon so, für die, die mich halt nerven, die mir auf das letzte bisschen, aber grundsätzlich, ja, ist das Schöne einfach, was man ja im Sport auch merkt, man kann einfach irgendwie so ohne Ende kreativ sein und wir sind nun mal an keinen Verband gebunden oder wir sind keinem was schuldig. Wir haben uns irgendwie bei unseren Sponsoren das Vertrauen erarbeitet, dass wir uns da verwirklichen können und Felix ist halt auch so ein Perfektionist, der halt gerne alles dann durchdenkt und zudem kreativ ist. Deswegen machen wir, glaube ich, das, worauf wir Bock haben. Ja, es ist aber auch irgendwie so jetzt mit dem letzten, mit dem Triathlon oder so, da war halt einfach so ein bisschen so ein Showcase von dem, was möglich ist. Das Wetter hat uns auch ein bisschen Probleme bereitet, deswegen haben wir nicht alles zeigen können, was wir hätten wollen. Das ist halt so, aber jetzt ist man dann auch mal vielleicht in der Lage auch zu kritisieren. Also man kann keine Ironman-Übertragung kritisieren, wenn man nicht gezeigt hat, man kann es auch oder so könnte man es machen. Natürlich weiß ich, dass ein Rennen mit zwei Personen auf so einem abgesperrten Bereich halt auch einfacher ist als ein Rennen mit 50 Männern und 50 Frauen, aber man muss halt einfach mal gucken. Also das war halt einfach so die Idee und einfach auch was zu tun und neu zu machen und vielleicht auch anders zu machen einfach. Das ist ja ein relativ exponierter Standpunkt, den ihr euch dann so über die Jahre erarbeitet habt und ist das auch sowas wie Macht, die ihr im Triathlon habt? Also wenn jetzt ihr sagt oder du sagst, ich starte jetzt irgendwo, dann passiert halt da richtig was und irgendwie es geht was ab. Wenn du dich jetzt bewusst entscheiden würdest, so ich mache jetzt einfach nur noch meine eigenen Projekte und mein eigenes Ding im Sport. Du könntest es ja, du hast es ja gerade beschrieben, du bist ja nicht mal darauf angewiesen, dass es zum Beispiel immer nach Hawaii geht für die Ironman-Weltmeisterschaft oder nach Rot für eine neue Weltbesserheit oder sowas. Seid ihr euch dieser Macht bewusst? Ich glaube, Macht ist das falsche Wort. Das ist, wenn dann einen Wert und den Wert hat er sich sportlicher erarbeitet und wir vielleicht dann als Marke gemeinsam gebaut. Aber es ist keine Macht, es ist ein Wert und manche wollen halt bei einem Wert ab und zu partizipieren und wenn man was selber macht, dann entscheidet man selber, wer da mitmacht. Also auch dann steckt man die eigenen Sponsoren, befriedigt man die, was ja gerade auch in der Pandemiezeit halt irgendwie, wenn halt keine Wettkämpfe sind, dann muss man halt irgendwie andere Wege finden, um irgendwie entertainen in irgendeiner Form. Also natürlich wird das dann oft irgendwie ausgelegt, als das ist nur Eigenmarketing und so. Natürlich in gewisser Weise, aber macht man nichts, passiert halt auch nichts und alles ist Marketing und alles ist Commerz. Ironman ist auch Commerz, BTO ist Commerz, alles ist Commerz, also so im Sport. Es gibt kein, das Einzige, was unkommerziell ist, ist Modeno-Fund, das ist Charity. Aber wird auch mit dem Geld zum Beispiel finanziert, was Try-at-Home war, wo die Leute dann auch sagen, das war Commerz und Selbstvermarktung, aber das war zu 100% und noch mehr, wo er Geld reingesteckt hat, ich arbeite, wir alle Geld reingesteckt haben, das zu machen. Es ist am Ende ja irgendwie, du hast gesagt, nicht viel mehr als Entertainment. So it's all about the show. So ist es ein bisschen. In den Zeiten Profisportler zu sein, findest du das schade, dass es Show ist oder was ist der Profitum für dich in dem ganzen Konstrukt, wo man sagt, eigentlich geht es nur um die Show und die Inszenierung? Naja, Show und Inszenierung würde ich ja noch ein bisschen trennen, weil Inszenierung, finde ich, beinhaltet ja so ein bisschen, dass es irgendwie vorab gestimmt ist. Aber was war es denn jemals als Show? Also ich meine, wenn man mal so Sport, Profisport, die Ursprünge, Brot und Spiele anschaut, ich meine, das war auch eigentlich nur, um die Massen zu befriedigen und eine Abwechslung zu geben und heutzutage vielleicht noch den einen oder anderen mitzureißen, dass er gelegentlich mal seinen Freizeitsport irgendwie mit ein bisschen mehr Lust und Laune betreibt und insofern Show ist ja irgendwie ein vieldeutiges Wort, aber finde ich jetzt gar nicht so schlimm und sehe ich auch irgendwie so. Also ich meine, da muss man immer so ein bisschen gucken, was dann die Vorbildfunktion ist und wie manche Leute das, glaube ich, auch so ein bisschen oftmals falsch einschätzen, dass sie einfach vergessen, dass ein Profiathlet auch nur ein ganz normaler Mensch ist, der irgendwie so seine ganz normalen Sorgen und Alltagsdinge hat und vor allen Dingen auch ganz sicher nicht unfehlbar ist, sondern vielleicht einfach nur gerne ein bisschen mehr und ein bisschen länger an seinen drei Lieblingsdisziplinen feilt. Aber würde ich sagen, die Frage war auch gar nicht so kritisch gemeint, sondern eher, ob das was ist, was dich antreibt, um irgendwie weiterhin solche Projekte anzustimmen, Gas zu geben, um halt der Profi zu bleiben. Sowas, glaube ich, eher gemeint. Das war nicht so wertend, als hattest du dir eine Show. Sowas nicht gemeint. Naja, okay, in dem Fall nein. Ich mache den Sport irgendwie immer weniger zur Außendarstellung. Also früher war es wirklich so, da wollte ich erst unbedingt Geld verdienen und dann wollte ich berühmt sein und dann wollte ich irgendwie alles mögliche machen. Jetzt bist du reich und berühmt. Nee, das vielleicht nicht, aber keine Ahnung. Inzwischen mache ich Sachen wirklich aus Lust und Laune, weil es wirklich natürlich irgendwie immer begrenzt ist zeitlich, was ja auch schön ist, dass man weiß, es ist nicht ewig so, aber andererseits ist man auch schon so lange dabei, dass man weiß, dass es was Besonderes ist. So ein bisschen so, oftmals finde ich so nach der Uni oder Schule merken viele, dass die Zeit eigentlich ganz cool war, aber währenddessen fand es irgendwie jeder doof. Im Gegensatz dazu, jetzt sehe ich das eben nicht als Leiden oder als ich muss noch mal hier hin oder ich muss noch ein Interview machen oder ich muss morgen noch fünf Stunden Rad fahren, sondern weiß es einfach zu schätzen, dass eben das dazugehört und dass es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise weitergeht, aber die Motivation, um zur Show zurückzukommen, ist auf jeden Fall inzwischen deutlich intrinsischer, sage ich mal so. Das war doch eine versöhnliche Antwort auf die Frage, die ich meinte. Letzte Frage an dich, Felix. Gibt es schon das nächste Lust und Laune Projekt von der Boyband Frodeno? Ja, wir bringen eine Single raus. Nee, also ich für meinen Teil, ich war so ausgebrannt nach dem Tri-Battle, dass ich bisher noch nicht so lange nachgedacht habe, was könnte man machen. Jetzt zwangsweise nach der Hawaii-Absage muss man jetzt irgendwie drüber nachdenken. Heißt jetzt nicht, dass wir etwas Eigenes machen, aber ja, irgendwas in irgendeiner Form wird. Heißt auch nicht, dass ihr nicht etwas Eigenes macht? Nein, ich meine, früher oder später werden wir... Doch, heißt, wir machen nichts Eigenes. Heißt, wir machen jetzt mal irgendwo mit und versuchen, ein paar Leute mitzubringen. Ja, wir müssen halt das mal irgendwie gucken. Und also jetzt überhaupt, wir haben ja genug Sachen und Baustellen, die wir anstoßen können, aber vielleicht geht es einfach mal darauf und wieder so rein in Performance und jeder wieder so in seine Rolle zurückfindet. Ist gut. Ein bisschen schade auch, dass jeder so seine Rolle zurückfindet, weil es eigentlich ganz erfrischend ist, dass ein Profi irgendwie auch das für nötig hält, was zu tun und dann auch nicht nur darüber redet, sondern auch was macht mit deiner Hilfe dann. Wir sind gespannt, weil es war bestimmt nicht das letzte Projekt, was wir beim Tri-Battle gesehen haben und werden das weiter spannend verfolgen. Und Collins Cup gucken wir uns auch an, darum ging es jetzt gar nicht, weil wir wollten mal von euch hören, was ihr zur Entwicklung sagt, warum ihr das macht, was ihr tut, was dich noch motiviert, dabei zu bleiben und was deine Aufgabe in dem ganzen Konstrukt ist. Und jetzt wollen wir es euch auch nicht länger aufhalten, sondern danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke. Danke.